Sie sind hier, 27. November 2018, 12.34 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Junis Leti Fuori fällt mehrere Wochen verletzt aus Urheberrecht, die Images, die Adler Mannheim müssen einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Verteidiger Junis Leti Fuori fällt wegen einer Verletzung am Knie wochenlang aus. Die Adler Mannheim müssen voraussichtlich vier bis sechs Wochen auf Verteidiger Junis Leti Fuori verzichten. Wie der Spitzenreiter der deutschen Eishockey-Liga, Dell, am Dienstag mitteilte, fällt der Finne aufgrund einer Knieverletzung aus. Diese hatte er sich beim Auswärtssieg gegen die Fischdown-Pinguins Bremerhaven am Sonntag 5 zu 4 n. V. zugezogen. Der 30-Jährige war im Sommer vom finnischen Klub Hemel in Nampalokarun nach Mannheim gewechselt und stand in allen 21 Deltspielen auf dem Eis. Dabei gelangen ihm drei Tore und 13 Assists, jetzt die Sport1-App herunterladen. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017